Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu LIA SOFIR. Und im letzten Part dachte ich, dieser gekackte Sessel, der kann mich erschrecken. Ich komm nicht durch. Okay, wir gehen hier rein. Also langsam hab ich so ein bisschen Respekt vor dem Spiel. Verdammt. Hier ist schon wieder Napoleon. Sieht hübsch aus, ich geh mal hier rein. Verschlossen, na klar. Na dann hier rein. Auch verschlossen. Hätte ich mir denken können. Sieht aus wie chinesischer Napoleon. Na, der sieht aus wie, keine Ahnung, wie so ein Picasso oder sowas. Wie so ein alter Sack auf jeden Fall. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Na, keine Ahnung. Was geht denn jetzt ab? Kann ich da rein? Kann ich nicht. Hm, okay. Das ist schräg. Das ist ein kleines Bild von dem Ding. Warte mal. Kleines Bild. Was, 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 was? Was war das denn, ey? Verdammt, was war denn gerade eben? Ich hab irgendwie nicht gemerkt. Ja, Mann, ey. Ich wollte sowieso schon alle, alle Raten schon lange erledigen. Ich hab ja so viele Mäusefälle, Mäusefallen gehabt. Was ist das? Ähm. Ähm. Ich glaub, da ist Hübscher. Ich geh da hin. Wieso hat es gerade eben so gehangen? Sterb ich jetzt? Fuck. Es geht auf. Warte mal. Es hat schon wieder gehangen. Ja, die Tür da hinten ist zu. Was da? Das sind kleine Bilder hier. Mann, und da, am Anfang, da stand ja noch. Es hängt alles von deinen... Es hängt alles von deinen Entscheidungen ab. Mann. Ah, okay, ich bin... Ja, gut, ich geh hier rein. Was auch immer das hier sein soll. Kabel. Das hab ich gewusst. Verdammt. Das war echt ne scheißblöde Idee, dass ich hier reingekommen bin. Mhm. Na dann, pass auf. Wenn ihr glaubt... Ihr könnt mir das Licht ausmachen. Ich hab... Ich kann das Licht... War ich hier schon mal? War ich denn hier schon mal? Ah. Perfekt. Lesen. 12. September. Okay, Leute. Genug gelesen. Mach... Mach mal hier auf. Er kam schon wieder... Was zum... Alter. Ey, also das... Das hätte ja ins Auge gehen können, verdammt. Blöde Pisser, echt. Ich geh jetzt wieder. Kein Bock mehr. Scheiße. Ich hätte... Doch lieber... Die andere... Die andere Richtung wählen sollen. Ich glaub, das Haus versucht mich kalt zu machen. Ja, wie soll das Gefühl? Was zu hell ist denn das? Also... Ähm... Wie konnte ich doch... Ach ja. Ach ja. Ähm... Ja, da ist nix. Was ist mit der Tür? Verschlossen. Wusste ich doch. Schnell gehen. Das ist doch jetzt aber ein Witz. Ah, jetzt ist es offen, ja? Mann. Alter. Das ist echt nicht für schwache Nerven hier, das. Echt nicht für schwache Nerven. Ohne Witz. Hier kann man... Kann man das nicht lesen. Was sind das denn für Brille, ey? Okay, ja. Hat wieder einer... Sein Bett nicht wirklich aufgeräumt. Oh, hier kann ich aufmachen. Oh, hier kann ich lesen. Übersetzen. 6. April. Dauert noch. So genug gelesen. Also, das ist unfair. Die Schritte sind nicht von mir. Sage ich jetzt schon. Alter, klopft mal lockerer. Da hinten ist die... Ist die Türklinke. Gleich mach ich auch. Gleich hau ich dem aufs Maul. Wie auch immer da steht. Eine fette Flasche. Oh, ich hab, glaube ich, noch ein Bild gefunden. Wieso sind die Gesichter dann weg? Aber ich hab noch ein Bild gefunden. Geile Sache. Wie war das nicht vorhin? War das nicht vorhin so schwarz? Ich hab nicht gemerkt, wann es passiert ist. Gut, raus hier. Was tut das? Fuck off, Alter. Und die komischen Geräusche kommen wieder aus dem Controller raus. This house is absolutely amazing. Oh, but those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Alter, absolutely amazing. Du sagst das. Ich verpiss mich, denke ich mal, da in die Richtung. Oder ist die Tür offen? Ah, okay, ich konnte das mit dem Schlüssel aufmachen. Na, hier ist doch hell, hier ist schön. Da kam schon wieder merkwürdiges Geräusch aus dem Controller raus. Nicht so wie sonst. Nicht so einer wie sonst. Hm, ich hätte schon ein bisschen Hunger. Da ist nix. Da ist auch nix. Gut. Raus hier. Gut. Und da kommen doch wieder die Geräusche aus dem Controller raus. Da kam doch gleich wieder die Flasche, no, da? Keine Flasche? Die Geräusche aus dem Controller, die werden immer lauter. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Jo, dann lass mal dat liegen. Honey. Wat gibt's hier? Können wir dat hier starten? Können wir dat hier starten? Können wir dat auf Knopf drücken? Ich glaube. Oder auch nicht. Mann, das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Muss ich auf Knopf drücken? Ja, wieso? Passiert nix. Ah, ich glaube, ich brauche ne Schallplatte für. Ja, wo ist denn die Schallplatte? Da ist das nicht. Ja, was ist hier? Ne Prothese. Okay. Oh, ich hab noch ne Trophäe bekommen. Da liegt doch die Schallplatte. Gleich kümmere ich mich darum. Ich muss erst mal hier gucken. Kann man hier aufmachen? Nein, scheißen Dreck. Ich hab wieder ein Trophäe bekommen. Keine Ahnung wofür. Ich muss gleich, also nachher, wenn ich aufhöre zu spielen, muss ich erst mal gucken, wofür man hier alles Trophäen bekommt. Mann, komm, jetzt dreh. Mann, das ist blöd. Nicht, dass ich Probleme mit YouTube bekomme wegen dieser Muke. Was ist denn damit passiert? Hm. Ich hoffe, die Musik ist nicht urhebergeschützt, urheberrecht geschützt. Was ist denn hier alles passiert, ey? Was ist denn hier alles passiert? Oh, die kann ich noch aufmachen. Ja. Was soll der Scheiß? Das ist ja alles geschmolzen. Volle Möhre. Ich kann nicht in den draus gehen oder so. Ich hab hier die Schnarze voll. Mann, nimm doch die Klinke. Nimm doch die Türklinke. Nimm. Nimm, blöd, Mann. Mann, Bänder. Alter, du regst mich auf. Alter, der Bänder erkannt das nicht. Okay, wir sind jetzt hier für immer gefangen. In diesem Laden hier. Kann ich hier das nicht? Noch mal drehen. Komm, ich drehe mal. Noch mal. Na, komm. Na, komm. Vielleicht wird's besser. Yeah, yeah, yeah. Fertig, oder was? Mehr gibt's nicht. Mann, ich muss doch hier raus, verdammte Scheiße, ey. Mach mal die Tür auf. Mann, ich krieg dat net hin. Wie, ich krieg, krieg ich dat net hin. Da passiert nix. Ich mach, ich mach irgendwas auf der anderen Seite. Auf und zu. Ja, Leute. Mein Timer klingelt. Ich weiß net, was ich hier machen muss. Und, ähm, wir machen das dann im nächsten Part wieder. Weiter hier. Und macht's gut. Und, tschüss.